So hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Infovideo. Wie ihr sicherlich schon hören könnt ist hier nicht Juli. Er sitzt nämlich momentan mit einer Blinddarmentzündung im Krankenhaus und wird heute Abend auch noch deswegen notoperiert. Deswegen werden in nächster Zeit keine Streams stattfinden und auch keine Videos kommen können. Auch der Performance-Patch-Stream vom Mittwoch wird abgesagt und erst mal auf unbekannte Zeit zurückverlegt. Das war es eigentlich auch schon für dieses Video. Wie gesagt, kurzes Infovideo. Ich weiß nämlich auch nicht, was ich noch weiter sagen soll. Dem Juli geht es aber eigentlich gut. Kein Grund zur Sorge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dir Juli, alles Gute und gute Besserung. Tschüss.